Ich habe eine tschetschenische Familie im Haus mit zwei Kindern, also es war furchtbar, die Fremdenpolizei war dreimal da, das dritte Mal war der Freitag, um halb elf, Telefon, kommen Sie schnell auf, ich bin die Polizei schon wieder da, ich gehe hinauf, sind dort drei Fremdenpolizisten, groß gewachsen, breit und fürchterlich, und bringen der Frau eine Ladung für Montag, bitte. Muss das sein, um halb elf in der Nacht, muss das sein mit so einem Aufgebot, die hätten wir nur ein Fakt schicken müssen, ich hätte das aufhört, aber es wäre auch gegangen. Und das ist es, dieses Angst und Schrecken verbreiten, die Frau liegt jetzt auf der Psychiatrie, die Kinder habe ich untergebracht bei einer Lehrerin, also fürchterlich.